Freunde, wir leben in Bayern in einer wunderbaren Kulturlandschaft und wir brauchen die Landwirte dringend. Die Landwirte stehen mit dem Rücken an der Wand. Wenn wir heute nach Hause gehen, schließen wieder 15 landwirtschaftliche Betriebe ihren Hof. Am Ende des Jahres werden es wieder 5000 Landwirte sein, die aufgeben müssen. Die Landwirte sind politisch heimatlos. Geben wir ihnen eine Heimat. Geben wir ihnen Perspektive, liebe Freunde.